Oh, schnell, 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 wir müssen uns sofort verstecken und auch so viele Skins rennen vor mir rum, aber nur einer ist der echte Settix und, Vitamine, was machst du denn da? Ich bin der Sucher, der Supersucher! Oh nein, wir müssen hier sofort weg, Freunde, und, oh, hey, Freunde, schön, dass du es wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Sett! Das würde mich sehr, sehr glücklich machen und, Freunde, wir spielen heute zusammen mit meinem besten Freund, Vitamine Heidenzik und ihr seht es, Freunde, wir können uns einfach hier die Skins tauschen, jetzt bin ich dieses eine Mädchen, Vitamine, du bist der Sucher! Ich bin der Sucher und ich habe schon einige gefunden und habe schon zwei umgeschnitzelt und hier ist jemand! Oh nein, oh nein, Freunde, ganz, ganz schnell hier weg, oh mein Gott, die roten, Freunde, sind die Sucher, Vitamine ist auch ein Sucher und wir müssen uns verstecken, dürfen nicht erwischt werden, hey, Vitamine, ich sehe dich, Kollege Schnürschuh! Oh, wenn du mich siehst, dann habe ich dich auf jeden Fall gleich gefunden und ich suche dich gleich! Oh ja, Freunde, und wir verstecken uns, wir haben uns wieder verwandelt, wir sind jetzt hier ein neuer Skin unterwegs, wir sind jetzt hier, der hier, oh ja! Oh, der bist du hier, oder? Oh nein, Vitamine, lass mich ruhen, nein! Ich war es nicht, du Idiot! Ich will das gar nicht, das ist ein anderer, oh oh! Okay, er ist aber gestorben, na gut! Okay, okay, 30 Sekunden noch, Freunde, werden wir es überleben, ich weiß nicht, ganz, ganz schnell so, zack! Oh nein, Vitamine, das bin ich! Nein, 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 geh weg, Freunde! Komm, 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 ich muss dich kriegen, ich muss dich kriegen, ey, Sandy, bleib doch mal stehen! Oh ja, oh mein Gott, wir sind die ganze Zeit versteckt hier, Freunde! Bitte, 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 Sandy! Und? Er hat dich umgeschnitzelt! Oh, ich lebe noch, Vitamine! Nein, 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 das bin ich wirklich jetzt! Nein, 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 nein! Freunde, 10 Sekunden müssen wir noch überleben rennen, um dein Leben zu erinnern, lass mich in Ruhe! Ich habe keine Power mehr zu erinnern! Nein, 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 4, 3, 2, 1, komm, schau! In der letzten Sekunde! Habe ich es überlebt? Das kann ich, habe ich es geschafft? Ich habe es überlebt, glaube ich! Was? Ich habe in der letzten... Nein! Ich habe gewonnen, Vitamine! Freunde, oh mein Gott, wie knapp war das denn, ey, du bist doch in der letzten Sekunde! Hä? Ich habe dich in der letzten Sekunde umgeschnitzelt! Weißt du, was ich zu Leuten wie dir sage? Du bist ein Loser, Vitamine! Einmal Glück gehabt im Leben, aber warte mal ab, jetzt werde ich gewonnen! Freunde, diese Runde... Was, du bist auch ein Sucher? Nö, ich bin einfach Verstecker! Okay, okay, Freunde, diese Runde sind wir der Seeker! Das bedeutet, wir müssen herausfinden, welcher Vitamine Fantastico der Echte sein würde! Du sollst dich verstecken, was machst du? Ich mache dich zu schlafen! Oh nein, nein, Freunde, versteckt euch, denn ich bin es, der Sucher! Okay, Freunde, ich würde sagen, so, was ist mit dir, Kollege? Und ich habe schon den ersten gefunden! Ja, äh, nein, wenn du Leben verlierst, dann ist es der Falsche! Oh, Mist, okay, das ist doch nicht so gut! Hallo, ich bin das Mädchen, hallo, hallo! Warte, komm her, Vitamine, komm her, bist du das wirklich? Ja, tschüss! Das kann nicht sein, Freunde, ganz, ganz schön, wir müssen den Weg abschneiden! Hallo, komm her, hier oben auf den Bagger! Warte mal, runter! Vom Bagger, bam! Komm her, Vitamin D, ich werde dich sowas von schnappen, renn um dein Leben! Oh Gott, oh Gott, oh, bleib doch stehen, wo bist du? Okay, okay, warte mal, hier sind noch mehr Vitamines! Oh Gott, warte mal, wo ist der hier, oder? Nee, ich habe mich voll getarnt! Mist, Freund, wie viele Vitamines gibt es denn hier? Vitamine, bist du der echte? Nein, wir sind alles eine Schweinchenfamilie! Wie eine Schweinchenfamilie? Hey, du bist du... Oh Gott, oh Gott, Freund, was, hallo, was ist mit dir? Ey, lass doch mal das Mädchen dort in Ruhe! Das hat dir gar nichts getan, Santi! Ja, warte mal, bist du der echte Vitamine? Wer ist denn der echte jetzt? Warte mal, du warst es wirklich, kann das sein? Also, das war ein Spieler, aber ich war das nicht! Oh, ja, egal, egal, dich schnapp ich mir ganz am Ende, okay? 50 Sekunden, doch, Santi! Mann, bist du langsam, du kriegst ihn nicht mal! Oh, ja, warte, die sind super... Ach, ich habe auch einen Superspeed als Seeker! Ja, dann ist es ja kein Problem, Freunde, und Bats! Okay, von den ersten haben wir schon mal gefunden, so, und... Oh, das ist auf K, wie unfair! Easy, Freunde, zwei Kills haben wir schon mal gemacht, aua, das tat weh! Oh Gott, warte mal, Vitamine, bist du das hier? Wer sitzt hier rum? Ich tänze gerade! Oh, aber ich renne schon wieder weg, weil, äh, das war mir jetzt ein bisschen zu... Oh mein Gott, Rosemarie ist hinter mir, Rosemarie! Oh, was für Rosemarie, 30 Sekunden auf, Freunde! So easy, glaube ich! Was ist denn da los, Freunde? Schreib mal jetzt mal in die Kommentare! Was denkst du, wer ist Vitamine? Ist Vitamine der Vitamine-Skin, oder vielleicht... Warte mal, ein anderer Skin, und bist du das? Wo bist du? Ich sag's dir nicht! Guck mal, hier oben, ich tanze! Komm runter, komm runter, wenn du nicht rauskommst! Nein, 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 das kann nicht sein! Okay, vier Sekunden, komm, hol mich doch! Oh, ja, oh, komm schon, komm schon, und... Nein, Freunde! Miss, die Surer haben leider gewonnen, Freunde, wir haben es leider nicht geschafft! Ach, miss, aber nächstes Mal werde ich dich finden, ey, und du bist so kaputt schlagen! Das werden wir schon noch sehen, Zähne, ich meine, du bist ein Loser! Ein Loser bleibt ein Loser! Warte mal, wer hat mich in der letzten Runde nicht gefunden? Denn du Loser, du Mega-Loser bist du! Nächste Runde, Freund, wir sind ein Versteck, und bist du das? Ich springe hier gerade, wer bist du? Ja, genau, ich bin jetzt ein Centex! Warte mal, ich will Vitamine sein, okay, wir tauschen jetzt unsere Skins, um die maximal zu verwirren, aber... Hey, hier gibt's ja keine Vitamine, hier gibt's ja nur Centex bei mir! Warte mal, gibt's echt gar kein Vitamino mehr? Warte mal, Vitamine, ich glaub, du bist verschwunden, wo bist du? Nein, ich... Mich gibt's nicht mehr! Ich bin... ...ausgestorben! Oh mein Gott, das kann ja wohl nicht sein! Wo bist du? Lass uns mal hinter diesen Holzteilen verstecken! Ich bin hier oben, guck mal, ich bin hier irgendwie oben auf diese Wand hochgeklettert, keine Ahnung, wo ich bin! Warte mal, auf was für eine Wand hochgeklettert, was meinst du? Guck mal, hier, da ist doch so ein Klettergerüst! Nein, 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 oh Gott, oh Gott, Freund, ich mach den Powerboot, ich hab noch ein einziges Leben, Freunde, renne, 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 Centex, nein, 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 ich komm auch nach oben, okay? Und wo bist du denn? Ich bin jetzt oben, ich bin oben, ganz, ganz am Ende jetzt! Warte mal, kann man hier raus? Guck mal, und nein, okay, das geht nicht... Und warte mal, ich komm mal hoch, warte mal, bleib mal da oben! Ich bin oben, ich bin oben die ganze Zeit schon! Ich glaube, hier oben kommen die nicht raus, und ich bin jetzt ein Mädchen auf einmal! Warte mal, bist du das hier? Spring mal kurz ein, wo bist du? Moin, moin! Okay, ich bin das hier, hallo, moin, moin! Und guck mal, was ich kann! Yeah! Oh yeah, wir tunsen, wir tunsen, die werden uns niemals kriegen, Freund! Oh yeah, das macht super viel Spaß und... Und ich bin der Cente! Und guck mal, Cente, ich tausche die ganze Zeit meine Hautfarbe! Hey, ich bin jetzt... Ich bin jetzt alle Mädchen! Ich bin jetzt alle drei Mädchen! Was ist das denn? Ich will kein Mädchen sein, ich will wieder ich sein! Warte, aber wenn wir ein Mädchen... Oh, guck mal, dieser Killerhase! Ich will dieser Killerhase sein! Oh, ja, der Killerhase ist cool! Okay, Freund, ich würde sagen, wir rennen weg! Aber was ist denn das bitte für Noobsucher, ey? Ja, hier hinten steht einer, der haut einfach die ganze Zeit in den Luft! Oh ja, ich bin jetzt auch dieser Hase, okay, rennener Hase! Das Problem ist, welcher Hase bist du von den allen Hasen? Ich bin ganz, ganz hinten hier, bei diesem Holzteil, weißt du? Okay, okay, ja, und ich gebe den Powerboost! Siehst du mich rennen? Oh ja, ich springe, ich springe, ich springe wieder! Das ist mit Vitaminen los, Freund! Okay, ich glaube, das war eine easy Runde! Warte mal, Sandy, komm mal her, hier geht es noch nach unten! Warte mal, nach unten los! Wir haben gewonnen! Gewonnen! Let's go! Damit haben wir wieder eine Runde gewonnen und wir sind die Champions! Oh ja, wir sind die Champion-Hasen! Ich werde dich nun finden und zerstören! Noch nein, sag nicht, du bist wieder ein Sucher! Oh mein Gott, Freund, okay, ich würde sagen, welchen Skin sollen wir jetzt nehmen? Hier ist der böse Sucher auf jeden Fall! Na, Sandix, na, Sandix, alles gut bei euch! Oh mein Gott, wir sind alle Sandix! Das ist wirklich zu lustig, aber ich will die Sandix sein! Gibt es kein Vitamine-Skin oder sowas? Ne, anscheinend nicht gerade, aber hier ist einer vor mir, keine Ahnung, ob das bist nicht du, aber das ist ein anderer Sandix, den werde ich auf jeden Fall umschnetzeln! Komm her, du böse! Ja, ein Sandix habe ich! Okay, okay, das war ich aber nicht, Freunde, so wir tauschen jetzt unseren Skin so! Jetzt sind wir hier als der Kollege unterwegs, schönen guten Tag, mein Name ist Bob! Der sieht aus wie ein Bob, Freunde, oh mein Gott! Ich bin jetzt, ich habe jetzt gleich den zweiten Sandix umgeschnetzelt! Yeah, zwei Sandix schon umgeschnetzelt! Oh mein Gott, hier ist ein anderer, der meinten Skin hat, oh Gott, oh Gott, ich wurde gefunden, ich wurde gefunden, Freunde, renn, 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 schnell, schnell, schnell! Wo bist du denn eigentlich? Ich sehe dich gar nicht! Ich weiß gerade nicht, wo ich bin! Ah, nee, nee, du bist... Mann, Sandy, ich weiß auch nicht, wo du bist! Oh Mann, ich weiß auch nicht, ich sehe dich ja nicht mal, ey! Ich habe aber einen gefunden, hier, hier vor mir, ich glaube, das ist einer! Bitte, bitte, ja! Nein, 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 nein! Och, Vitamil, das war ich, ey! Oh, was? Hey, wie... Hey, wie noobig warst du denn unterwegs? Ach Mann, das kann doch nicht sein, Freunde, wir wurden einfach unter den tausend Sandix einfach gefunden! Ey, wie viele Leute haben bitte meinen Skin in der Runde? Und, meinst du, dieser Sandix ist vielleicht ein böser Sandix? Oh, ja, ich beobachte dich jetzt, Vitamil, und hey, da sitzt einfach wer! Warte mal, was ist, wenn ich kein Leben mehr habe, Sandy? Ich glaube, da hast du Fälle und probier's mal aus, ey, du hast doch einen einzigen Schlag übrig, und... Warte mal, ich habe einen Millischlag noch übrig, und bist du der Letzte Überlebende? Nein! Oh, nein, sind nicht umgefallen! Was war das denn? Bei mir saß da nicht mal jemand auf dem Stuhl. Wie bitte? Bei mir stand da einfach... Du hast einfach den Stuhl umgehauen, bist einfach umgefallen. Oh, Mann! Oh, ja, ich bin der Sucher, Vitamine! Und ich will sagen... Was? Wir spielen noch eine letzte Runde, okay? Du musst mich eh nicht finden! Okay, okay, Freunde, wir sehen doch nichts. In sechs Sekunden sehen wir erstmal was. Okay, du bist also ein Verstecker, du musst dich verstecken, okay? Oh, ja, ich habe mich gut schon versteckt, oder ich hoffe zumindest, dass ich mich gut versteckt habe. Oh, Vitamine, du Doop, ey, was bist du denn für ein Doop? Freunde, Freunde, renn, 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 komm, ständig, komm, ständig. Oh, nein, oh, nein, komm, Vitamine, nein! Wie? Ich wollte dich ein bisschen schwulen. Oh, Mann, wie schlecht bist du denn, ey? Ich habe mich direkt nach zehn Sekunden gefunden, ey, was war denn bei dir los? Mist, ich wollte dich echt ein bisschen schwulen, um ein bisschen witzig und mal deine schlechte Fähigkeit kennenzulernen, aber es hat nicht so richtig geklappt. Ja, habe ich gemerkt, Vitamine, oh, Mann, Mann, Freunde, ich wollte gerade sagen, like das Video, wenn du willst, dass wir auch ganz, ganz schnell Vitamine finden, aber Freunde, like auch mal genau jetzt das Video, wenn du willst, dass wir also die Sucher die Runde gewinnen, dann like das Video jetzt in 3, 2, 1 und jetzt einen Daumen nach oben geben, vor allem für mehr Heiden-Siegs-Spaß mit Vitamine, dem Mega-Loser, ey, bist du ja jetzt schon raus, ey. Mann, einmal Glück gehabt, Senti. Einmal Loser, immer Loser, sage ich da nur, ne, Vitamine? Ach, egal, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall gewinnen und das weiß auch die ganze Welt natürlich. Ja, okay, 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 was ist mit dir, Kollege? Und, ah, Mist, ich habe fast keine Leben mehr, was passiert denn nochmal, hast du das gesehen? Dann bist du ausgeschieden und bist auch so raus wie ich. Oh Mann, das kann nicht sein, komm schon, der ist bestimmt ein echter, oder? Und, nein, ich habe keine Leben mehr. Und, nein, noch lebe ich noch, also ich habe noch ein Mini-Leben. Ah, ein Mini-Leben, aber ich glaube, selbst dieses Mini-Leben wird dir nichts mehr bringen. Okay, Freunde, ich habe noch einen einzigen Versuch, ich weiß nicht, soll ich das probieren? Ich glaube, das ist ein echter Spieler, ich glaube, das ist kein echter Spieler. Würde ich sagen, was ist mit dir hier? Warte mal, der springt doch hier die ganze Zeit rum, komm her, und, jawohl, ich habe einen getötet, hast du gesehen? Was ist mit dem da hinten im Wasser? Der sitzt schon die ganze Zeit dort hinten. Hä, wo im Wasser? Ich sehe keinen. Hm, okay, Senti, viel gibt es ja nicht mehr, oder? Oh, ich weiß es nicht, ey. Und, bist du ein echter Spieler? Ich glaube, das ist noch ein echter Spieler, Freunde, komm schon, komm her, komm her, Kollege. Und, es war wirklich ein echter Spieler. Mega Tor bekommen schon Freude, und, jawohl, jawohl, bleib still, und easy, und, nein, die Haider haben trotzdem gewonnen, irgendwer war hier noch am Start. Hm, vielleicht haben noch einige überlebt, aber egal, das können wir gerne beim nächsten Mal machen. Oh, ja. Ha, guck mal, Vitamino, was ist denn mit dem hier los, ey, der hat einfach so, der ist ein Auto, der hat so einen Mundschutz an. Nüt, nüt, ich will auch so ein Auto fahren. Tja, das ist wirklich total lustig. Hey, Kollege, der steckt einfach in einem Autofeld, hier geht ja ultra die Party ab. Okay, dann würde ich sagen, sollen wir aber noch eine letzte Runde machen? Ja, okay, eine letzte Runde, und ich werde Ihnen zeigen, dass ich natürlich der ultra beste von uns beiden bin. Oh, ja, okay, okay, was bist du? Ich bin natürlich wie immer Verstecker. Okay, ich bin auch Verstecker. Wir werden es hier rausfinden, Freunde, wer wird der beste Verstecker sein? Centix mit der Vitamine, wer länger überlebt, okay? Ja, vielleicht überleben wir auch gleich lang, also dann müssen wir das irgendwann noch mal nachholen. Oh, ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, du wirst am Anfang rausleihen. Okay, ich bin, Freunde, Vitamine-Skin. Wie redet Vitamine mal? Hallo, Freunde, ich bin jetzt Vitamine. Schauen Sie einen guten Tag. Du rede ich doch nicht, hey. Du redest immer so natürlich. Okay, Freunde, wir verstecken uns aber jetzt als Vitamine. Und, okay, ich weiß nicht, welcher Skin bist du? Ich bin immer noch mich selber, aber ich weiß, wie gesagt, auch noch nicht, woher ich renne soll. Der hier, du bist das, oh mein Gott, hier sind zwei Sieker. Oh Gott, oh Gott, Vitamine, geh weg von mir. Oh mein Gott, Freunde, warte, wann bist du der hier? Ja, ja, ja. Warte mal, bist du Vitamine hier? Ey, warte mal, hau mal ab von mir, Senti. Ich verfolge dich so lange. Nee, ey, das ist unfair. Yeah, 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 yeah. Hier wird uns niemand finden. Okay, sollen wir ein gutes Versteck mal zusammensuchen? Ja, ja, okay, aber wo soll ich hier? Hier kann man sich nicht so richtig verstecken. Kann man hier nicht nach oben oder irgendwie sowas? Nee, nee, hier nicht so richtig. Äh, ich setze mich einfach hier hinten ins Gras rein. Hier ist, glaube ich, sicher. Warte mal, was wäre der Typ hier mit dem Auto rum? Der, 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 der einfach so rum. Ich fahre heute. Warte mal, was ist, wenn wir uns erzählen? Ich hab auch das Auto. Warte mal, wie du hast das Auto? Oh mein Gott, Freunde, ich will auch das Auto. Hi, hi, hi. Ich bin jetzt auch im Auto. Ihr haltet, was ich genannt habe. Wir sind einfach alle in Autos und die Autos sitzen einfach auf dem Stuhl drauf. Oh, Warte, rennt. Rennt Turbospiel mit dem Auto. Fahr, 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 fahr schneller. Oh nein, hier ist noch ein Seeker. Oh ja, ich fahr schon weg, so schnell ich kann. Aber wir sind überall Seeker und du lebst auch noch. Ja, warte mal, kann man hier in den Shop rein? Nee, okay, ich sitze einfach hier und der hat sogar eine Maske an, das ist richtig cool. Naja, so einen Mundschutz, hab ich ja gesagt. Okay, okay, warte mal, tanzt ihr gerade hier zu zweit? Nee, ich hab mir jetzt diesen Disco-Kugel, ich hab mir diese Disco-Kugel hier genommen, guck mal, warte mal, bist du das hier? Nee. Nee, 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 Vitamine, guck mal dahin, wo wir uns gerade verwandelt haben, in die Autos, hier ist eine richtige Auto-Party bei uns, ey. Ja, warte, okay, da bin ich doch. Die letzten 50 Sekunden laufen, Freunde, wir tanzen nochmal rum, yeah, 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 das war die easy-peasy-Runde. Oh Gott, hier bin ich. Yay, was geht ab? Du musst so leuchten. Hier geht voll die Auto-Party ab, aber ich denke mal, Freunde. Oh Gott, oh Gott, aber wir haben es geschafft, okay, das war immer knapp. Ja, Freunde, sehr, sehr gut, ich denke mal, das war auf jeden Fall ein klarer Sieg für mich, oder, Vitamine? Hä, warte mal, das wird nochmal neu ausgelost. Okay, okay, das werden wir auf jeden Fall das nächste Mal sehen, aber, Freunde, das war es auf jeden Fall jetzt mit Heidenzieg. Wir haben uns einfach in die verschiedensten, lustigsten Skins verwandelt und mussten herausfinden, wer die echten Leute sind. Das hat super viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's für heute Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei, das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi. Tschüss. 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 Das war's.